So, meine Damen und Herren, wir haben 8.5. Laute, wunderbar. Wir haben schon einen Fan-Talk nach dem Spiel gegen St. Pauli, Hamburg. Wir haben schon einen Fan-Talk nach einem Heimspiel. Die Eltern von Ihnen werden sich noch erinnern, es ist lange her. Es war im September 26. damals gegen Reuter Fürth. Ich freue mich, dass unser Torschütze mit der 17. Janik Bandowski nachgekommen ist. Servus zusammen. Janik, mal voll im Spiel zu dir. Es sind deine Wochen momentan. Letztes Auswärtsspiel, Tore gemacht und heute, wir schreiben es dir zu, auch wieder eine Gute für die Löwen. Da kann man zufrieden sein. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin relativ neu, wurde von der Truppe natürlich sehr gut ausgenommen. Ich versuche, das ganz gut zu zahlen und einfach Gas zu geben. Jetzt haben die Löwen unter der Woche den Trainer gewechselt. Wie ist das für dich als Spieler gewesen? Du warst ja in der letzten Woche immer nichts dabei. Weiß man da, ich bin da automatisch gesetzt oder ist das wieder eine ganz neue Situation, wenn ein Neuer das sagen kann? Für mich war es eine komplett neue Situation, weil es der erste Trainerwechsel war, den ich so miterleben durfte oder musste. Und ja, du konntest dich natürlich nicht sicher sein. Und ich versuche dann in den zwei, drei Tagen, die man hat, einfach alles zu geben. Und der Trainer darf ihn überzeugen, dass er dich da draufstellen kann. Ja, das hat scheinbar geklappt. Thorsten Fröhrig hat alles richtig gemacht. Du hast das gleich mit dem 1 zu 0 bestätigt. Janik, was hat der Trainer in der Woche anders gemacht? Man hat im Umfeld auch von den Kiewitzen an der Grünballer Straße gehört. Das ist eine andere Mannschaft, die lachen. Da ist Zug drin, die haben Spaß. Wir haben das Gefühl, das sagten auf jeden Fall die Kiewitzer. Die wollen, die haben richtig Lust. Ja, was er jetzt genau anders gemacht hat, will oder kann ich gar nicht sagen. Er hat auf jeden Fall versucht, Spaß in die Truppe reinzubringen. Ich denke, jeder ist von alleine motiviert. Wir haben ein richtiges Ziel vor Augen. Und in der Hinsicht braucht er nicht so viel zu machen. Und er versucht uns natürlich zu bestärken. Und ja, einfach zu sagen, bis wir auf den Platz gehen, sollen wir mit dem Spaß haben. Wie war es für dich als junger Spieler heute vor dem Match? Das war wirklich, ich habe es vor dem Spiel gesagt, wahrscheinlich wird irgendwo in der 2. Liga ein bisschen wochenende besserer Fußball gespielt. Aber spannender wird es nicht sein als hier bei 60 gegen Auli. Ihr habt alle gewusst, das ist so ein Spiel. Wenn du hier heute verlierst gegen den Tabellenletzten, dann ist es möglicherweise vorbei. Ja, dass es vorbei ist, das glaube ich nicht. Wir haben natürlich jetzt einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Das war aber nur ein kleiner Anfang. Wir mussten ja im nächsten Hoffen natürlich weiterpumpen, um dauernd rauszukommen, um unser Ziel zu erreichen. Und ja, ich denke, das war heute ein wichtiger und ein guter Schritt dafür. Sehr gut, schnell, dass auch der Trainer die letzten Minuten vor dem Spiel, bevor ihr rausgekommen seid, noch in der Ansprache gesagt. Er hat uns eigentlich mehr oder weniger uns selbst überlassen. Die Mannschaft hat sich selber motiviert und Daniel Antwerp hat eine Ansprache gehalten. Und ja, dann sind wir natürlich doch motiviert auf dem Platz. Wie warst du da draußen? Ja, an der Pause haben wir uns erstmal besonnen und sind erstmal runtergekommen. Und ja, da hat er ganz sachlich die Sachen angesprochen, die wir dann doch verbessern wollen. Und ja, wie wird die zweite Halbzeit dann rausgehen? Jetzt steht ein dicker Brocken vor der Tür. Ihr spielt am kommenden Wochenende, am nächsten Spieltag auswärts beim Tabellenführer in Ingolstadt. Kann man da was holen? Ja, ich denke, man hat die letzten Wochen gesehen, dass Ingolstadt nicht unantastbar ist. Und wir haben auch gegen Darmstadt einen Punkt geholt, wo vielleicht mehr hin gewesen wäre, die auch von der oberen Region sind. Und ja, wir fahren auf jeden Fall hin und vollkommen. Und Sandhausen zu Hause ist dann fast wieder ein Lutz. Wir decken uns erstmal an Ingolstadt und dann lassen wir Sandhausen für die Zukunft. Ich gehe davon aus, wir kriegen einen riesigen Applaus. Vorschütze, letztes Wochenende Vorschütze heute, Klanik Mandowski. Danke, Herr, herzlichen Dank. So, und ich schaue für Sie auf den Löwentitel, bin ich sicher. Ja, da haben wir heute deutlich mehr wichtige Antworten als die letzten Wochen. 60 gegen Pauli, 2 zu 1. Es geht von unserem Hauptsponsor Volkswagen um ein Auswärtswochenende. Sie fahren dann mit dem Leibang, der ist gestellt, der ist gesponsert, nach Fürth, nach Nürnberg zum Auswärtsspiel bei Kräuter Fürth in den Romhof. Wie gesagt, von Volkswagen gibt es das Auto. Und ich schaue mal, wer fährt Christi? Wenn er aus Maisach fährt nach Fürth, wenn er noch da ist, kann er sich seinen Preis gleich abholen. Ansonsten kommt er per Post. Wir gratulieren, er hat das Ergebnis 2 zu 1 richtig. Josef Wieser aus Maisach. Josef Wieser aus Maisach ist unser Gewinner vom 60er-Tipp hier im 60er-Club. Herzlichen Glückwunsch hierzu von 60 München, unserem Hauptsponsor VW. Ich darf nicht mehr bedanken, meine Damen und Herren. Es war der Hacker-Schlafentag nach dem wichtigen Spiel gegen St. Kali. Denkt mal, Sie trinken uns noch heute. Es war mächtig Druck auf den Kessel heute, wahrscheinlich bei jedem Lippenfeld. Bis zum nächsten Mal, schönes Wochenende, fürthöner. Okay, 60. Gott sei Dank.